An Tagen wie diesen sind auch Politiker, einfach nur Fußballfans, fiebern mit beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland. Wenn ich es mal mit meinen Worten ausdrücken darf, die Nordiren haben eine Chance wie ein Schneeball im Hochhofen. Die Berliner Fanmeile liegt nur einen Katzensprung vom Deutschen Bundestag entfernt. Mehrere 10.000 Fans feiern hier am Abend ein ausgelassenes Fußballfest. Auch ein paar Mitglieder des FC-Bundestags, des parteiübergreifenden Fußballvereins des Deutschen Parlaments, haben ihre Trainingseinheit heute auf die Berliner Fanmeile verlegt. Europameisterschaft ist schließlich nicht alle Tag. Das war zufriedenstellend. Wir als FC-Bundestag haben vieles wiedererkannt an der Spielweise. Wir waren souverän, es ist 1-0, jetzt achtet das Finale, alles wird gut und der Weg ist der richtige. Die Fans haben also allen Grund weiter zu feiern. Vielleicht wird es ja das Sommermärchen 2016.